wir spielen falls ihr es noch nicht gemerkt habt heute wir haben falls auf dem kanal schon mal gesehen haben wir haben zwei von der welt stadt ist vor anderthalb jahren zwei jahren gewesen und ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt vergangenheit benny und vergangenheit sie sind damals in den wald jahren sind nie wieder zurückgekehrt und wir werden heute reden suchen und da würde ich jetzt ja nicht länger schlacken wir starten ein neues spiel wenn ich sagen muss mit diesen kameras irgendwie ja aber das hat was finde ich es wird schon mehr outlast flashbacks hier ich hoffe es läuft alles alles stammt ja wir haben ja auch ein hund dabei gott ich weiß nichts mehr von dem spiel also gibt es noch was er holen heißt aber ich finde das ist eigentlich ein cooler name aber wir müssen anders nennen wie ich erwarte von euch einen geilen namen für den hund woher weißt du was der pullet heißt ich will sie einfach mal so die filme war so schlimm also die erste insbesondere jetzt wieder aber auch nicht an die nirgendwo auf jeden Fall noch nie ein Mensch der vierte es dass es es ja es was das Das war die Nächste in einer Reihe von Disappearances nach 1994, als ein Gruppe von Studenten in den Wald nach Burkittsville venturte, nie wieder zu sehen. So, oh, oh, warte mal. Ja, dann hol mal dein gutes Handy raus. Ja? Ja, mal an! Bestätigen? Keine Ahnung. Geht schon gut los, QuickTime Steve. Geht schon kurz. Jess, hey. Es ist gut, dass du von dir hörst. Ich glaube, ich habe nicht geholfen. Ja, naja... Don't use your phone when you drive a car. ...full of surprises. So, what are you up to? Uh, did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. Do you think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right, maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait, wait, wait. I know, I'm glad you did. Listen, uh... I'm almost there. I'll call you later, okay? Alright. Just... Be careful. Hubertus von Schnüffel. Hubertus von Schnüffel. Das wäre ja mal guten Namen. So, Achtung nicht, Ulland. Wenn wir mit dem Intro durch sind, würde ich nochmal eine ganz kurze Anmoderation für YouTube machen. Nicht irritieren lassen, bitte. Geht ihr scher. Geht ihr scher. Also die Grafik sieht echt gut aus. Gefällt mir. Jo. Ein bisschen dirty. Dirty? Sitzt hier schon wieder irgendwas? Was? Habt ihr gleich verschwindet vor unserer Kamera hier? Ja, bitte nicht. Ich finde diese Unschärfeffekte, finde ich auch echt cool. Ah, okay. Nur mal ein Schild vorne dran. So, so. Mhm. Guck mal. Ich glaube, in Amerika brauchst du vorne keins. Du brauchst nur hinten eins. Echt? Ja, das ist ja aber. Ja. Komm mal, Bullet. Mal sehen, ob wir einen Weg finden können. Schauen wir mal. Ach, jetzt geht's los. Ah, jetzt können wir ja die Feldfarbe wählen. So, was haben wir denn hier? Okay. Ähm, ich bin gerade tatsächlich wirklich noch am überlegen. Maus, Tastatur. Ah, meine. Dann geht es ja mit der Maus? Na, ich bleibe. Sorry. Nee, geht nicht. Es ist hakelig. Ganz schön hakelig. Ganz schön hakelig. So, und... Okay, das Bellen zeigt uns an. Das ist so ein bisschen wie von Modern Warfare. So, warte. Ja, warte ist hier. RT. Aha. Okay. Wir müssen diesen Knaben finden. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hose zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nach dem wir suchen. Nützlich. Du erreichst Sheriff Lenning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Tick. Kanal 2. Okay. Channel 2. So, und dann... Das Städtchen ist tatsächlich... RT. Ist ungewöhnlich. Sorry, Anthony. First come, first served. Ja, ich kenne Landon, wenn ich ihn in der Forst. Ist auch schön. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist kein Extrem? Kann ich's anmachen? Weiß ich nicht. Oder kannst du das einstecken? Wunderbar. Ist einfach bloß angeguckt und so. Reingepackt. Okay, alles klar. Brauchen wir ansonsten noch was. Feuerlöscher, Pipapo. Und ein bisschen Benzin. Fischkenbenzin, ne? So, was. Schnuppiken. Das sieht ja auch schon ganz schön... Also... Party hier aus, Alter. Ich weiß nicht, also die suchen ja nach dem Shannon... Wie heißt der? Ne, Peter Shannon. Peter. 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 Peter Shannon. Und die sind ja anscheinend schon unterwegs im Wald. So wie es aussieht. Ja, er ist neun Jahre. Männlich. Ja, vier feet und vier inches groß. Okay, super. Wie, was auch immer. Wie, 4,68 pounds. 40 Kilo, oder was? Na, die Hälfte, glaube ich immer, oder? Ja, 31 Kilo. Okay, alle klar. Peter trug zuletzt ein grünes T-Shirt und eine Schirmkappe der Baltimore Ravens. Er wurde zuletzt am 15. September 1996 in Böckensville, MD, gesehen. Sollten Sie irgendwelche Informationen zum Verschwinden von Peter Shannon haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei von Maryland oder rufen Sie eine dieser Nummern. Ich bin immer versucht, diese Nummern anzurufen, aber alles, was mit 555 ist, ist ja eine Fantasienummer, ne? Gibt's ja nicht wirklich... 555 Nase. Ihr wählt 555 Schuh. Alter, was? Was geht doch weg, Junge? So, im Rucksack verschauen. Du kannst darauf zugreifen mit RB. Oh, guck mal, hier kannst du den Kanal wechseln. Nein. Nicht jetzt. Ich gebe ihm den Kanal, wenn er in der Forrest. Ah, okay. Gut, geht nicht. Ich kann auch den Kanal immer noch nicht wechseln. Doch, hast du gerade. Da, bist du jetzt. Ah, jetzt. Da, okay, nice. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich gebe ihm den Kanal, wenn er in der Forrest. Dann pack ihn doch weg. Alter, lass es los. Ich will hier weg. Ich sammel die Gegenstände in deinem Rucksack. Mach doch einfach mal das Tutorial mit, glaube ich. Also drück doch mal RB. Also RB gedrückt halten. Entschuldigung. Rucksack aufmachen. Genau. Ja. So on Hundeleckerli. Wir können Leckerlis geben? Was ist er denn? Sind wir das? Ja, das sind wir. Jess, looking good. Haha, Jess, looking good. Haha, Jess. Ganz eklig der Typ. Haha. So, wir sind Alice Jeremy Lynch. Okay. Ah, was haben wir denn da? Ihre Vorhersage. Sie haben etwas Wertvolles verloren. Doch keine Angst. Ich sehe immer noch eine Chance, es wiederzuerlangen. Allerdings läuft Ihnen die Zeit davon. Sie müssen sofort handeln. Schreiten Sie furchtlos voran. Das Glück hilft den Mutigen. Vertrauen Sie Ihren Freunden. Sie werden Ihnen zu Hilfe eilen, wenn Sie sie am meisten brauchen. Mein Rat. Seien Sie auf der Hut. Ihre Glückszahl. Zwei und 125. Natürlich. Okay. So, so. Ja, also, Tastaturbelägen ist ja wirklich herzallerliebst. Also, meistens bei den Kontrollern, ich gebe dir mal den Tipp, Stevie, ist B, für sich der Kreis, die zurücktaste. Nicht immer, aber meistens. Ach, Kind, Manni. Mal Foto vom Peter angucken? Oh, der hat aber... Oh, Alter, was sind das, Junge? Ist das hier... Ist das auf dem Plakatwand gedruckt worden, oder was? Ist ja geklappt. Aber guck dir mal, die Segelohrner. Könnten ja meine sein. Also... Ne... Mich... Also, ja... Das... Ohne Kommentar. Ohne Kommentar, Benni. Ohne Kommentar. So, okay. Achso, Hundeleckerli. Wird ja Hundeleckerli nochmal hier raushauen. Hundeleckerli. Hundeleckerli. Du hast aber nur 10 Stück. Also... Oh... Dann warte ich noch. Dann warte ich noch. Kann ich die streicheln? Stefanie? Ne, der Hund heißt nicht Stefanie. Hier, der Chat hat doch gesagt, der heißt Hubertus. Hubertus? Hat Dave gesagt, oder? Warte. Hübs sieht aus, unser Hubertus. Okay. Wo ist denn? Über... Hier. Kann ich die streicheln? Oh Mann, kann ich die streicheln? Ne. Schade. Na gut, dann folgt mal den Matschen. Muss abdrücken hier in den Wald. Du musst... Bisschen... Crunchy hier. Was ist das? Oh... Ja, wird... Ist... So sieht's aus, wenn ich versuchen zu schnitzen. Zurück, schnitze eine schöne Puppe. Alter, letztes Spiel. Es ist so... Was denn? Ah, schönes... Gerade anders so hier von der Grafik hier. Muss ich noch was unterstellen? Ne, tatsächlich nicht. Irgendwie, aber... Flüssig ist anders. Flüssig ist anders. Chat, ist es bei euch flüssig? Komm mal, Bullitt. Lass uns diesen Kind finden. Was? Sieht so ein bisschen aus wie James aus Silent Hill 2. Weiser von den Klamotten. Ah, das schöne Blair Witch Zeichen hier. Im Wald. Wunderbar. Die Welt wird so übel. Warum helfen wir jetzt der Polizei diesen Jungen zu finden? Ach so. Ah, da könnt ihr da Recht haben. Okay. Blair Witch. Ah, ein Grundspecht. Sofort erkannt. Da macht man mir nichts vor. Du bist ja auch unser Vogelkenner. Ich bin der Ornithologe, genau. Ah, jetzt... ... 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 So ist er richtig. Guck mal, der Pfeil zeigt ja auch nach da. Wenn du die Weiche umstellst, würde der Pfeil sich drehen. Also hätt' ich sie ja nicht umstellen müssen, aber was, stand's schon richtig? Ne, jetzt steht's so richtig, aber ich bin der Meinung, du bist nicht zu weit zurückgefahren, dass die Weiche richtig greifen konnte. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, probier's. Ne, probier mal. Also jetzt wird er ja wahrscheinlich richtig fahren, weil das macht ja natürlich auch Sinn. Und vielmehr Weiche steht auch in die Richtung. Tschup, tschup. Ja, das ist, wenn man... Oh, 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 oh. Oh, nö, nö. Weg dahin. Weg dahin. Weg dahin. Oh, zum Glück haben wir jetzt hier, das... Was machst du? Warum? Einfach, um dir das Schild anzugucken? Ja. Okay. Still with me, Boy? Let's go, Bullet. Kann ich hier nicht was nehmen? Ich will was nehmen. Die Kurbel. Uh. Mann, nee, ey. Okay. Ach, hinterm... Hinterbaum hat er sie verstellt. Der Fluss bricht. ... ... ... ... Ja. Also mittlerweile glaube ich sind es sogar drei oder vier. Schön, schön. So. Okay. Wir hätten was. Sehr gut. Das war jetzt mal eine sehr gute Leistung. Ja, Zeit einfach. Dafür seid ihr hier auf dem Kanal. Für das Pro-Gaming, was wir hier jeden Mal bringen. Oliver Smalley. Okay. Hm, okay. Was ist das? Oh, ein Foto. Ein Foto. Creepy. Ja. Sergius. 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 Richtig schön. Sergius. Nee, doch nicht. Oh, das ist auch mal eine schöne Verkabelung. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nach Dean ist. Aber von mir geht es auch nicht dran rum. So, ich versuche mal rein zu laufen ins Haus. Und... Hm. Nein, das ist ja auch so... Okay. Ich bin einfach offen. So, hier haben wir noch was zu lesen. Teppi East Creek Holz Unternehmen. So. Ja. Und... Done. Und aus Sparisen. Ja, ja. Okay. Gut. Dann schauen wir noch mal. Du bist hier. Das ist zu groß. Es 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 ist zu groß. Aber vielleicht kannst du ein Bullet reinschicken. Ja, guck mal ein Bullet reinschicken. So, wenn es geht. Bullier. Das ist ein Job. Bullet. Seek! Hm. Da sieht diese aus. Nichts da, oder? Oh, nichts da, ja. Shit. Heißt das jetzt, dass die das Ventil, äh, verbraucht haben in einem anderen Punkt, oder? Ja, ja. Also, äh, im Camp B, also wir müssen wahrscheinlich weiter gerade aus, um das Ventil aus diesem Special-Aggregat, also diesem Zusatz-Aggregat, was die da drinnen hatten, äh, da wieder auszubauen. Damit wir das Ventil dann oben in dem Ding da eindütteln können. Also muss ich jetzt, leg mal von aus, dass da vorne, äh, das ist halt immer noch eine Weiche, irgendwie? Genau. Also wir müssen, wenn wir unten sind, nach rechts abbiegen, nicht geradeaus. Ja. Schade. Aber das, was sagt er mir dann, warum, warum sollte ich denn jetzt hier irgendwie... Ja, damit du die Information hast, dass halt ein Ventil in Camp B ist. Äh, ne, weil, äh, das hier. Achso, damit er hier jetzt interagiert hat, irgendwie. Ja, einfach, dass du halt hier nichts findest. Wahrscheinlich. Oder es hier nicht weiter geht. Mann, 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 das ist creepy. Jetzt findest du, das ist unheimlich. Das ist wirklich unheimlich. Ja, also ich würde jetzt auch nicht gerne in diesen dunklen, schönen Wald sein. Das ist, äh... Das ist auch nicht mein Happy Place. Das ist... Mein Happy Place ist auch... Das ist nicht mein Place to be. So, okay. Dann werden wir uns mal ganz vorsichtig bewegen hier. Tschup, tschup. Nananana. Wir müssen hier, glaub ich, mal so eine, so eine, so eine Schaffner-Mütze besorgen. Ja. So, wir müssen, wie gesagt, nach rechts. Ja, die weiche zeigt doch. Genau. Camp B. Äh... Ja. Wunderbar. Komm mal richtig gut hin. Oh! Ja, zu spät. Ja, nee. Wollte nah einparken. Das war mir sehr wichtig. So, das hält wahrscheinlich wieder Generator on. Dann erst mal wieder die ganzen Bösewichte verjagen. Ja, wun, 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 wun. Sehr gut, sehr gut. Also... Aber wissen wir denn eigentlich überhaupt, was das für Viecher sind, die die ganze Zeit auf uns zukommen wollen und uns da wegrabbeln oder versuchen? Wir haben, ähm, zwei Theorien. Theorie 1, möchtest du hören? Ja, ja. Theorie 1, das ist die seltsame Rasse der Wurzelpeter. Und, äh, Theorie 2, das sind die Ends aus Herr der Ringe. Reine Stille sagt mir, du kennst nichts von Reine. Ja. Ja. Alter, was war das? Ey, das war so links, so nah an meinem Ohr, dass ich... Ey, ich dachte gerade, hier ist was runtergefallen. Wirft da einer mit Steine? Da, ich euch hier den Finger kriege. So, ich kann jetzt... Muss jetzt wirklich laufen, ne? Ich hab jetzt hier nicht... Ja, ja, jetzt musst du, musst du laufen. Oh, 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 oh. Das ist... Das klingt wie Holzhacken. Okay. Oh, was ist denn nun? Warum ist denn jetzt hier Licht aus? Joa. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Warum? Na, wegen dem Generator, oder? Meinst du, der Generator ist aus? Nee. Oh, was? Da... Ey. Hm... Der Generator läuft nämlich noch. Shit. Ist einfach nur die Birne kaputt gegangen. Das ist toll. Das ist völlig schön. Das ist super. Freut mich. Ach, ich bin so froh, dass ich heute nicht erspielender bin. Ja. Aber du machst es dafür sehr gut, Stevie. Sehr, sehr gut. Ja, ich... Sitze auch schon seit drei Stunden in meinem eigenen Urin, aber mach dir keinen Kopf. Ist... Ist wirklich. Ja? Soll uns doch mal ein bisschen gucken? Da, das schmeckt doch hier nach Sabotage. Das ist doch... Na hör mal. Da hat er ihn noch dran. Da hat er ihn noch rumgefümmelt. Wir müssen auf jeden Fall an die... Äh... Wie hieß die? Steam Power? Also an die... große Anlage? Um das Ventil wahrscheinlich da raus zu bannern. Wir werden es nachlesen jetzt erstmal. Okay. Mit... Blutofoto. Schön. Ganz schön. Psychologisches Gutabend. Achten. Unlesbar. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Ähm... Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandelerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle drei therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gespräches konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerungen an das Ereignis. Äh... Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt. Offenbar einer Art verbreitete Reaktion des Körpers. Verarbeitete Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abstumpfung an. Äh... So, lesen wird jetzt langsam schwer. Äh... Emotionale Abgestumpftheit. Irrationale Aggressivität. Sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genau diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Na, ist doch... Finde ich leichter Text, der locker von der Lippe geht. Ja... Das Bild... Ja... Unruhigt mich so ein bisschen. Ja... Ne... Leider sorry, äh... Leute, wenn's manchmal mein Lesen so ein bisschen stampelt. Aber... Das... Irgendwann... Irgendwann krieg's irgendwie nicht mehr hin, zu lesen. Das... Kennt ihr das? Wahrscheinlich blickt der einzige Idiot. Nee. Ich kenn dich ja auch. Ja, ja, hör mal, hör mal Freundchen! Euro-Palette! Oder auf jeden Fall... Einweg-Palette! Ich... Sag doch schon mal Trinkspiel, ne? Leute? Uh... Was ist das denn? Okay. Grüß... Grüßlich. Das ist nur so ein loser Ast. Klar. Oh... Okay, okay, okay. Oh, hier liegt was und... Mh... Mh... Wieder so ein... Give me the creeps. Oh Gott. Total schau. Mh... Mh... Hast du heute die Funde, Digga? Ich weiß nicht. Oh Gott. Was ist denn das schon wieder hier? Warum... Wer legt denn so ne scheiß Wege an? Mensch. Mh... Das sieht auch aus, wenn wir das Ventil haben, dass... Ja, das wird richtig... Das wird richtig scheiße beim zurücklaufen, ne? Mh... Und wir sind hier in der Sackgasse. Ne... Geht doch hier links. Guck mal, da ist da. Geht doch hoch und so. Jetzt da rüber... Und dann kommst du zur Pump-Action. Und hier haben sie ein Ventil eingebaut? Bei diesem rostigen irgendwas? Ja. Wir müssen da rüber. Da drüben. Ne? Komm, komm. Hier, hier, hier. Der kann ja nie drüber noch. So. Gib mir die Handel. Hart. Wunderschön. Pack's rein. Mh... Mh... Und das war's jetzt? Was wir hier gefunden haben? Ja, wahrscheinlich, ja. Und das werden wir hier nicht behergen können. Okay. Mh... 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 Okay. Mh... Ah, da liegt auf jeden Fall noch ein Notizzettel? Schön. Grade sagt er, dass der Wesenrüt von der Lippe hielt. Toll. Mh... 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 Als ich die Kamera dieses alten Ahnen an mich nahm, war sie voll sinnloser geklappern. Doch ich saß. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, um selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinen bloßen Augen entgehen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Okay. Okay. Kommt jetzt die, äh, Thematik Kamera und Nachtsichtgerät? Bitte no, alter. Mh... 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 Wir müssen hier unsere Magen... Ey... Komm, 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 komm! Wer du eine findest? Ey, das ist dunkel hier wie ein Bärenarsch, ja. Eigentlich müsste man. Nö. Ach, wie hast du aus? Komm hier nicht... ich kann hier nicht weiterlaufen. Ach, du, du kannst... da kommst du nicht runter? Nee, sei denn hier ist ein Ast, kannst du nicht vorbei dran. Okay, dann musst du wirklich komplett zurück. Das ist doch scheiße, ey. Ach, Mann, ey, nee. Und ich weiß ganz genau, was jetzt passieren wird. Weil jetzt kommt die von links und rechts und ich stehe da wie Robert auf dem Erdbeer fährt, verstehst du? Und bin nur mit der Taschenlampe hier. Da, da, da. Oh, wo ist der Baum? Da. Wo ist der Baum? So, okay, na, dann wollen wir mal runter hier. Hä? Wie, kannst du jetzt da einfach runter? Ach, ist der Baumgedreht. Ja, das ist ja dann wenigstens eine Abkürzung. Ja, das ist nicht. Wisst ihr, wenn ihr eh schon so ein Orientierungsidiot bist, irgendwie, dann nehmt ihr das wirklich noch das letzte bisschen Fähigkeit, dich zu orientieren hier. So, na gut, okay, dann nehmen wir zurück. Oder was? Jo, jetzt können wir zumindest das, äh, das Handrad einschätzen. Genau. Und dann kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwo, äh, ja, wir müssen ja noch was anderes finden, glaub ich, ne? Ja, wir müssen noch irgendwas zum Druck regulieren finden. So. Na gut. Wir fahren erstmal wieder zurück. Komm, Mann. Und was auch jetzt, jetzt musst du wahrscheinlich auf dem Rückweg auch die ganzen Viecher kaputt machen. Nein. Mit deinem Lämmchen. Vielleicht eben, so kann schon sein. Ist schon vorbereitet. Oh, das sieht aber sehr ruhig aus. Bis jetzt geht's noch. Das hier drüben war noch, warte mal, hier, also irgendwie war mir das hier noch ein bisschen doof. Als wenn man hier vielleicht eigentlich, weil wir brauchen irgendwas noch zum Druck regulieren. Und hier haben wir nichts gefunden. Let's go, breit. Ja doch, hier haben wir die Information gefunden. Das ist alles einziges. Dass wir halt... Ja, die Information an sich ist schon ein bisschen mau. Oder? Ein bisschen nicht allein. Ja, wenn ihr jetzt so willst, müssten wir eigentlich wieder vorne Richtung Camp B fahren, um die Weiche umzustellen, damit wir über die Brücke können. Weil vielleicht gibt's ja hinter der Brücke das Ventil. Da waren wir nämlich gar nicht. Was durchstippt denn da so? Weiß ich nicht. Achso, das ist ja Licht. Weil irgendwas muss noch da drin sein. Da. Da. Go get it. Hast du nicht gesehen? Hat er nicht gesehen. Ja, fein. Leute, wo kommt der denn? Ah. Ja, fein. Hast du nicht gehört? Ja, jetzt hat er sich aber auch was hier, ne? Einmal hier kurz. Hat er. Hat er, der Kleine. Da. Sehr schön. Streichelchen kann schon sein. Streichelchen kann schon sein. Ach, du bist doch... Hast du unser Herrchen, ey, ehrlich. Streichel doch mal deinen Hund. Wirklich. Drück mich auf. Ah, geil. Come here. So, jetzt dürften wir alles haben. Ja. So. Hinauf mit uns. Und zurück mit uns. So, okay. Dann basteln wir mal ruf. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht irgendwie angegriffen. So ein Ast-Pack. Ja, aber du kommst da halt aber nicht an dem Schild mit den Stämmen da vorbei. Das geht nicht. Das geht doch nicht. So, okay. Schawamski, Schawamski. Es wird wahrscheinlich nachher an Holz scheitern. Was wir nicht finden. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo hin, um so ein bestimmtes Stück Holz zu finden. Das würde ich einfach hier irgendwas gehen. Nein. Das muss ein bestimmtes Holzstück sein. Sehr schön. Wunderbar. Und wir dürfen ja nur... Naja, brennt ja noch nichts. Wollen wir mal machen. So. Ja, aber bei dem Brennen habe ich eine Idee. Das ist du eine Idee. Denn lass mal, drop mal die E-Zack. Ne, geh mal die Kamera raus. Weil er erzählte ja, wie der ganze Bums funktioniert und macht das ja auch an. Du, Genois. Ja, ja. So. Genau. Und... Benni. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du weißt? So, und wir müssen das im grünen behalten. Darf aber nicht in den roten wechseln. Wie es jetzt zum Beispiel tut. Okay. Wir müssen das Ding wieder versuchen. Without pulling the gates this time. Okay. How? Okay, jetzt haben wir es wieder dicht gemacht. Okay, okay. Cool, 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 cool. Muss man das andere Rad wahrscheinlich wieder öffnen. Weißt du, wir müssen das erst hier öffnen? Ja. Brennt doch noch, oder? Brennt doch noch? Intuitiv ist die Steuerung nicht. Ja, ja, schön. Mach's dir gut, mach's dir gut. Ja, richtig so, richtig so. Oh, jetzt langsam, wenn ich links auch so weiter links. Ja, schön im grünen Bereich halten. Ja. Und was hat er gesagt, wenn du im grünen Bereich bist? Dann funktioniert der Donkey. Ja, ja, aber dann musst du doch das Ding hier zumachen. Den, den Brennofen. Den, den Brenner. Das ist auch los. Okay, oder auch nicht. Back on track. Let's find that bastard. You know what time it is. Let's find the bastard. Wir suchen immer auch den Sheriff, den Sheriffsmörder. Ja, und eigentlich immer noch Peter Shannon. Aber ich glaube nicht, dass der mit Bastard gemeint ist. Nee. Jetzt lass den kleinen Bastard finden. Das wäre ein bisschen hart, oder? So, ey. Wurzel. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Immer diese Wurzel. Die Wurzel ist die, wie es entgegner heute hier ist. Komm mal rein. Ist er dabei? Ist er dabei. So, gut. Wir mussten natürlich hier erstmal. Vorwärtsgang. Und dann. Tschut, tschut. Und jetzt biegen wir wieder nach links ab. Pass auf. Warum wird das so langsam? Kurve. Das sieht mir aber nicht wie ein Sägewerk aus von... Das ist über die Brücke. Okay. Ich muss erst mal über die Brücke hinaus. Okay, okay. So, jetzt treffen wir Schicke auf Papanut und seinen Kumpels. Oh, bitte wies. Dann musst du die Kamera rausholen mit dem Nachtsichtgerät. Boi. Äh... Ich bin echt erstaunt, dass dieses Schienenfahrzeug nicht von der Schiene hüpft hier irgendwie. Die ist ja nur okay. Dass die überhaupt noch frei ist, ist ja Wunder. Ja. Saumel. Okay. Achso, jetzt fahren wir ja hier durch. Stimmt, ja genau. Wo wir ja nicht durch wollten. Also konnten. Zu Fuß. Oh Gott, Flashback. Aufmerksamkeit. Oder? Du musst jetzt aber auch hier nicht... irgendwie abwehren, oder? Also... Nee glaube ich... Ich mag ihn auch nicht. Wir werden bald raus. Schlag! Schön. Teil, schau. Kann ich das irgendwie verhindern? Nee, glaube nicht. Nee, das gibt es nicht. Ich glaube, das ist gewohnt. Und irgendwann werden wir entgleisen. Darunter fallen. Unterqueren nicht so schön. Okay. Wir haben es geschafft, oder? Jetzt gibt es aber auch nicht viel Vertrauen dran. Oh nein. Oh nein. Oh nein, komm, komm, komm. Brücke, halt durch, halt durch, halt durch. Oh, bitte nicht. Oh nein. Ach, come on. Nimm Schub, Junge. Nimm dein Horn, spring da jetzt rüber. Los. Schau mal nach hinten. Gibt es die Brücke noch? Nope. Das Stück ist eingebrochen. Okay, aber wir können weiterfahren. Zwar ein bisschen zitternd, aber... Ja, ein bisschen. Oh nein. Wir können nicht mehr weiterfahren. So, wir haben ja einen Fang. Ich würde mal sagen, ich telefoniere mal kurz mit Frauchen. Sprachnachricht. Oh, voller Anfang diesmal hier. Ja, ja. Also diesmal ist gut. Leidung ist leider besetzt. Oh, bis jetzt mit wem telefoniert die? Mit wem telefoniert die? Tja. Okay. Junge. Mal aus. Let's go, Bullet. Taschen am Ball. Ach man. Na dann. Schade, dass ich ihn zurücklassen muss. Oh, jetzt kriegst du den Anruf. Jetzt? Ah, ja? Alice, hey. You okay? You sound out of breath. Aber sie ruft zurück. Mutti. It's nothing. And, uh, everything. Okay, I know I'm not making any sense right now. But, uh, that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see these things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. Willst du ein bisschen Mucke anmachen? Nee, ich bin da nicht bei mein Rädchen gekommen gerade. Ja, Stevie, frag doch mal, äh, Jess, ob sie uns abholen kann. Ja, gute Idee. Hey, you've been through a lot, more than anyone I know, but you survived, because you're strong. And you will get through this. I know you will. You know, I know you won't turn your back, so I won't ask you again. Just, once this is over, call me if you want to ride home. Thanks, Jess. For everything. Bitte, bitte, bitte. Sag mal, ist das, mal als Glück gesprochen, ist das für uns ne Therapie? Das jetzt hier so durchzuerleben, um mit Sachen abschließen zu können? Also, ne? Okay, interessant. Interessant. Ja. Aber dann... Würde ich das ganze Thema Blair Witch irgendwie dadurch ein bisschen entwurzeln... Ja, stimmt. Irgendwie, das wäre so ein bisschen ein Kneter. Aber, so grundsätzlich, irgendwie, würde ich jetzt... Willst du da irgendwie sprechen, eigentlich? Zielt mal dieser Pet, ey. Was ist los, Digi? Ja, der hat auch den Baumstumpf gesehen, der da einfach runtergerollt ist. Oh, ne, hier, die Flasche will er. Die ist doch voll! Was? Da ist gerade ein bisschen geleckt hier da drin. So, okay. Okay. Pflup. Wollt an, Frau? Oh. Walk. So, wir jetzt über... Nee, muss jetzt nicht über die Baumstämme rücken, ne? Das ist das, das, das wir suchen wollten. Okay. Aber, was suchen wir denn hier? Ja, Aktionen räumen den Wald auf, genau. Und wo wird der Baum? Erstmal wieder Generator anmachen. Skip und Generator. Smooth Generator. Was ist los? Hast du auch gerade? Weiß ich nicht. Oh, wir haben wieder empfangen. Wir haben wieder empfangen? Weiterhin, wieder, I don't know. Oh, hier ist... Können wir den Code verwenden für den... Genau, für den Bunker? Guck da mal rein. Also, 2, 1, 1, 3. Na dann. Probieren wir mal. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Find out. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Aber... Aber wir sind... Wir kommen... Also, wir kommen leider nicht wirklich... Also... Na, meine Fresse. Sag's mit Bunden. Wir kommen anscheinend wirklich nicht wieder zum Bunker zurück. Also das heißt, wir haben wirklich den blöden Bunker verpasst. Ja, ich... Wie gesagt, ich tippte drauf, dass da diese kleine Holzknüppelchen drin war. Was... Teil 3, was wir verpasst haben. Ey! Das würde ich ja nicht machen. Kleine lustige Anekdote. Ich trug sie zu, dass ich zu einer Jugendrüste war mit dem Jugendclub damals. Und äh... Tierischer Regen. Raphael. Und äh... Alle komplett... Klamotten nass. Also hat der Bauer, wo wir übernachten durften, irgendwie... Seinen Ofen angeschmissen. Und ich kann mir meine Jeanshose davor gehangen. Bin am nächsten Morgen aufgewacht. Das halbe... Hosenbein war weggebrannt. Von der Jeans. Sah lustig aus, als sie genau ausgefahren. Mit dem Ding. Aber der Rest war trocken. War super. Irgendwie, äh... Nachts in er sich bewegt, da rangekommen. Hose an den Ofen ran, buff. In dem Gelände. Nee. Doch. Das macht man ja auch nicht. Oh, hier gibt's wieder ein gutes Tape. Ein Tape. So, take a look at the Tape. Okay, er flieht. Können wir vielleicht sehen. Aber schön nicht wegen der Tür, wa? Dass wir die... Dass die Tür aufgeht. Dass wir da reinkommen. Ey, diese Lache auch von dem, ey. Nein. 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 Probier mal, weil... Der Hund fällt ja grad schon. Sch-sch-sch-sch. Sch-sch-sch. Wir sind nicht alleine hier. Riecht man nicht, wenn die Jeans brennt. Naja, man muss sich vorstellen, irgendwie... Du pennst an diesem Ofen, wo... Einfach... Die Jeans hat ja nicht gebrannt. Die... Also, Jeans brennt ja nicht. Die... Die schmuckt so vor sich hin. So, die glimmt so weg. Irgendwie. Und das... Haben wir nicht gebrochen. Oh nein! Oben sind wieder die... Ihr wisst, wer da oben ist. Die legen wieder in den Typen um. Wie ist er denn nochmal? Plop! Zieht's euch rein. Outlast. Was? Locked. Die Tür halb offen. Locked. Okay, dann musst du vielleicht doch nochmal... Wie... Ich bin zu dick! Ich bin zu dick! Komm nicht los! Scheiße! Wie gesagt, vielleicht musst du ja wirklich nochmal das Video angucken und... Ja... Ja... Damit die Tür hinten offen ist. Ähm... Alter, was war da denn gerade für... Für ne... 360 Grad Drehung? Ja... So, dachte ich eigentlich feste? Ja... Ja... Mach doch mal so! Nein! Mann! Das... Und jetzt geht auch noch in die falsche Tür rein. Ist das auch gut. Ne? Ist das nicht hier hinten gewesen? Nein! Hier? Doch! Nein! Ne... Wo war es denn? Hier? Ja drinne! Ja... Echt, war mir jetzt nicht ersichtlich. Okay! Achso... Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist... Die verschlossene Tür. Ähm... Genau! Ja, ne... Hier ist nischt. Ich geh ja. Was denn... Was haben wir denn da? Ne Schublade? Die mach doch mal auf! Ach, Schubladen, ist das schön! Drei... Drei, drei, zwei... Achso... Vielleicht ist das ja der Code, ja genau! Dann brauch ich mir auch nicht aufschreiben! Das ist... Kann ich mir sogar... Ausnahmsweise mal merken! Mach mal auf hier mit Ding! Ne, da... Da stört der Stuhl, der davor steht. Da kriegst du nicht auf! Speicher mal, an der Schreibmaschine. So, ich habe etwas gesehen. Keine Hexe oder ein Monster, sondern einen Mann. Einen Mann, der die Haut eines anderen Menschen trug. Er hat mich gesehen und jetzt kommt er. Kava. Okay. Who the fuck is Kava? Einfach die Haut eines anderen Menschen, oder? Manic will it hard? Nein, das kriegst du jetzt nicht. Na gut. Dann fährst du noch eine andere Schublade. Ah, ein Forderung. Also könnte ich wie. Schön. Blobber-Team, wunderbar. Barbara. Ah, ist der schöne Entwickler, oder was? Aber das könnte natürlich sein, ne? Stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass das die Collectibles sind. Ja gut. Unviel. Also wird zusammen wir sonst tausend Fotos da sammeln. So, Benni. Hast du dir gemerkt? Nö. Ja, echt nicht? Drei, drei. Zwei. Irgendwatt. Die letzten Zahl hab ich mir wirklich nicht gemerkt. Ah, schön. Ne. Was? Hast du das überhaupt eingesteckt? Na. Ja. Ja. Aber, äh. Ne. Bekennungsmarke, Notiz des Psychiaters. Wie ein Plakat des vermissten Jungen. Das nicht. Gut, Memo. Hm, genau. Drei, drei, zwei, vier. Habe ich schon mal erzählt? Du wirst gern was du willst. Habe ich schon, oder? Dann warst du dir eigentlich so angucken gefreut. Also, drei, drei, vier, zwei. Ist das nicht drei, drei, zwei, vier? Ja. Ja. Ich hab mit Absicht gerade anders gesagt. Siehste, lieber Chat, und das ist, das ist denn meine Hilfe, ja? Das ist denn meine emotionale Unterstützung und Hilfe in solchen schlimmen Stresssituationen. So ein Typ, der da hinterher tritt. So kannst du nicht arbeiten. So kannst du nicht arbeiten. Oh, schön. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal hier, was wird... Oh. Kann man rutschen? Nein. Oh. 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 Okay, ist die Toilette. Ich geh wieder raus. Der Mann hat ganz schlimme Verdauungsprobleme. Ah, der hat schon die Konkarne gegessen, der Gute. Fremd zweimal. Oh Gott. Oh Gott, Kumpel, Alter. Jesus. Hey. Hey. Du bist schuldig mutiliert. Oh. 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 So was macht man nicht. Das ist ja schön. What? Was ist denn das, Alter? Das ist eine Segel. Eine sehr große. Blaue Tape. Der Mord. Okay, die Kugel hat er weggesteckt. Oh, klar. Das ist kugelsicher. Ja, super. Oh, nee. Okay. Oh, okay. Okay. Heißt jetzt, wir können jetzt... Ich würde ja nochmal erstmal das Ding ausmachen. Können wir das überhaupt ausmachen? Aber ich glaub... Was haben wir da hinten noch? Hast du da noch so ein Ventil in der Ecke? Hinten links? Nee, links, links. Ja? Nee, okay. Entschuldigung, dachte... Ein Ventil. Richtig, der Gasbudel. Das ist mal kurz hier. Das ist mal kurz hier. Genau. Also... Warum ist es jetzt auf einmal angegangen? Okay, hier kommen wir auch nicht raus. Okay, jetzt ist das Wasserrad an. Was hat Unsinn gebracht? Dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwie Strom haben oder irgendwas. Also... Vorher war auch schon Strom. Okay, wo ist Bullet? Oh! Nimm deine Pfoten! Von meinem Hund! Er kann nicht. Das ist du. Du hast du Lanning. Hast du sie gesehen? Was? Was? Als du sie in ihren Augenblick sahst, hast du sie gesehen? Wo ist Peter? Was hast du mit ihm getan? Es ist noch nicht Zeit. Er... ...warte. Stoppen mit mir mit mir oder... Oder was? Du hast du mich. Du hast du mich. Du hast du mich immer wie die Lösung ist. Und du bist zu schmerz. Du bist zu schmerz. Du bist zu schmerz. Du bist du schmerz. Du bist du schmerz. Was auf dem ist jetzt schon mehrmals geschossen worden. Da steht immer noch... Schmutz ja, Mann, mit schmutzigen Bergen. Geht so schön mit Twin Pixies. Äh... Jetzt wachen wir wieder woanders auf, oder? Ach ne, okay. Wir werden noch verschleppt. Gut. Ey, habt ihr jetzt keine Outlast-Flashbacks gerade? Doch. Leider. Die waren jetzt eingebuddelt. Wir haben jetzt ins Grab geschmissen. Was machst du hier, Private? Es war ich, Sir. Was war das? Elisha 5. Ich war der Poi-Mann, Sir. Was würdest du sagen, Soldat? Ich lasse diese Männer in den Ambush, Sir. Oh, Sir. Hat das einen Grund, warum die alle mit dem Rückzug stecken? Neun verletzt. Sechs tot. Sechs griebende Frau. Neun verletzten Kinder. Einen verletzten Soldat. Sie sollten sich selbst schrecklich sein. Sie sollten sich selbst schrecklich sein. Ich konnte nicht bleiben. Nicht nach dem, was. Es war nicht dein Schuld, Ellis. Es war nicht dein Schuld, Ellis. So easy. Oh, du bist so schweig. Ich war schweig wie du, einmal. Oh! Siehst du dieses Knife? Ich erinnere mich, das gegen meine Brust, es drüber und drüber und drüber zu drüber. Ich wollte es alles zu Ende. Die Sprache zu schweigern. Weak. Pathetisch. Siegliert? Nee, oder? Oh, das wäre jetzt aber richtig brainfuck. Du wirst bald genug verstehen. Alter! Jedes Mal! Haben wir vielleicht Jess was angetan? Der schreibt auch gerade, das Messer sieht nicht sauber aus. Bitte vorher desinfizieren. Der schraubt mich hier und hat mich einfach... weg. Warum sind wir denn jetzt schon wieder hier? Also, ja, er hat uns zurückgezogen, aber... Was? Oh Gott, das... Nee, da liegt das Funkgerät auf dem Stein. Ja. Ja. Ich sagte, komm... Hey da, schlosser Kopf. Und was willst du? Ich suche das Campsite. Was ist da für dich? Oh, äh... Super nett von ihm, also. Toll. Also, da ist er ein Dude. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das... Was? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, man scheint noch einen Sprung weiter nach vorne gemacht. Let's sit. Wonach denn? Was ist das? Das ist die Kamera. Haben wir die auch wieder... Also, hat er die uns auch abgenommen? Ey, unsere Hände werden auch immer dreckiger. Siehst du das? Ja, ja, ja. Angefangen hat das mit einem kleinen Katzer. What? Was ist denn jetzt passiert? Ich kann kurz, äh, dein... Deine Taskmaster sehen. Der Handel. Geil, dass du jetzt was siehst. Ich habe einen Black Screen. Oh, echt? Stream, seht ihr noch was? Der Stream sieht... Oh, jetzt sehe ich wieder was. Okay. Der Stream sieht noch was. Ich konnte gerade nur über OBS gerade gucken. Hier ist was ich möchte, du zu tun. Geh zu den Trenn. Du weißt, welchen? Geh ein paar von diesen weißen Branchen. Ein einfaches, richtig? Oh, lass mich schreien das Ding. Mach so, wie ich sage. Jetzt ziehe ich dich direkt zu meinem kleinen Korn in den Wundern. So können wir Menschen zu Menschen reden. F***er Bastard. Wait, was ist das denn? Oh, nein. Siehst du das nicht auf der Kamera? Okay, mach die Kamera weg. Cool. Ja, hast du jetzt irgendwas hier gesehen? Siehst du nicht da dieses weiße Zeugs da? Na ja, das ist... Ich sag mal... Willkommen beim Hotel-Tester. Oh Gott! Nein! Noch nicht sowas! Ja, aber das kann jetzt auch nicht erkennen. Was soll das sein? Eine Flamme? Ein Ast? Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht ist er noch irgendwie weiter... Weiter beim Lagerfeuer oder was? Weil da sind auch so ein paar helle Points. Was? Achso. Patrick. Okay. Interessant, okay. Was soll sein? Oh. Ja, vielleicht ist das so... Für uns die Richtung? Wo wir lang... Sollen? Wo wir auch machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Oh, gut. Na ja. Letztendlich. Ja. Wo ist denn das Bullet? Das scheint also der Baum zu sein, da vorne. Würde ich mal sagen. Ich habe mich jetzt gerade so verrannt. Ne, wieso? Muss ja jetzt eigentlich nur noch rechts. Rechts? Ja, da. Und jetzt geradeaus. Unter dem Baum stammt. So, na ja. Ja, ich habe jetzt seit erster noch nicht gefunden. Wieso? Du bist doch am Schild schon vorbei. Ja. Die Fahrt. Ich weiß nicht, ob ich es vorher noch finden muss. Nö. Ne, geht's hier hochlaufen. Hat er gesagt, du bist nah dran. Zu nah. Ja, weil er dann gespawnt ist quasi. Du musst dann einfach nur eventuell weiterlaufen und nicht stehen bleiben. Der ist ja nämlich... Wo wird es einfach weiterlaufen? Wo wird es einfach weiterlaufen? Also, straight ahead jetzt durch und kippie. Bis auf der Kamera wieder was rotes leuchtet. Fuck! Das ist aber unfair. Du gehst einfach weiter. Das heißt, er will erstmal, dass wir Unfall finden. Okay. Oh. Okay. Du spürst. Oh. Was hast du erwartet? Go! Oh. 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 Oh, oh. Ja. Oh. Hör das, Alice? Alter, warte nicht. Nee. Ich habe die Kamera für dich, Alice. Du sitz. Ähm, ähm, mein Sex heute jetzt nicht? Ja, nicht so. Hey, ich will sprechen. So, jetzt gehst du mich einfach an. Leg das nochmal weg, des Dings. Und jetzt interagier mit dem Punkt. Was ist mit diesem Wald? Was ist, wenn es nicht der Wald, Alice? Vielleicht ist es alles in deinem Kopf. Es ist nicht, aber hey. Alles, was dich besser fühlt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So, okay. Ich glaube, wir sind jetzt gleich da. Oh, hoffentlich. Oh, hoffentlich wirklich. Jetzt so wieder so kurz vorm Ende so buf. Boot. Oh Gott, da ist er! Da ist er! Der Baum des Lebens! Die alte Weißeiche! Oh, die hole ich mir! Ein paar Zweige! Knack! Aber das wird auch nicht gut sein! Nein! Ja! Einen! Hey Psycho! Was zur Hölle ist das? Das Ding bliebt! Was? Was für ein Pfad! Ich glaube so! Das ist ja auch gar nicht creepy einfach irgendeiner Stimme da sagen wir so okay wir folgen jetzt diesem wunderschönen Fahrrad! Ja das Schlimme ist ja halt irgendwie wie es ja auch was das für ein Kaputnik ist alter! Also die Phrase wo führt der uns jetzt hin? Irgendwie jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt schickt uns zu einem Baum wir brechen mal ein paar Stöcke ab und komm mal her! Und jetzt macht er von uns ein Polaroid und dann basteln wir uns da so ein... Ei ei ei! Hinter diesem Baum war gerade eine Figur die einfach weggegangen ist! Ja? Oh Gott! Das ist aber schön dass ich es nicht gesehen habe! Schön dass ich es nicht gesehen habe! Sehr gut! Oh wie wie! Was waren das jetzt? Oh ok! Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung! Hat sich angefangen auf wen eigentlich was? Oh man! Klo fährt jetzt halt wirklich nur nach Radar hier unten! Ja du hast die Stöte angehen! Oh ok! Oh ok! Oh man! Ich hoffe wir haben... Oh man! Ich muss die Stöte machen! Okay! Ok ok! Das ist hoffentlich ein Safe... also ein guter Safe! Ja ja... Knott schon! Das Klo fährt jetzt halt wirklich nur nach Radar hier unten! Irgendwie... Der fuck Schandlau wirklich ist 3 4 6 6 7 7 10 14 14 15 15 16 16 16 15 Oh shit. Komm mit, Junge. Oh, alles wird gut. Oh, ich bin so krass angespannt gerade. Alles wird alles gut. Wir folgen dem Pfad. Ich spiel nicht und meine Hände sind so geschweiß... also ich schwitze wie Sauna da an den Pforten. So geschweißt. Geschweißt, Sansa. Was? Die Spur endet hier. Schön. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Wunderbar. Ähm, ja, dann folgen wir dem Feuer. Okay, weiter kommen wir nicht, oder? Es ist so dußer. Es ist so scheiß dußer. Sag mal, kann ich... Die Kamera endlich nicht... Die kann dich doch auf... Auf... Äh... Ding stellen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob der Modus jetzt mittlerweile... Nein, der könnte derzeit so laufen können. Achso. Oh. Was ist es, Ella? Hast du verloren? Don't worry, die Trego ist noch da. Ich habe nur noch nicht gesehen. Aber der Pferd kann. Aber du hast es ihm auch. Okay. Okay, mach nicht so schnell. Ja, machen wir ja schon. Richtig. Oh, komm Junge. Bring uns hier raus. Oh nein. Oh, don't. Found the stag. It's dead. You don't say. That's probably because I killed it. Now, take it skin. What? The skin, peel it off. Take it. Would you rather I take some off the boy? Oh, okay. Alter. Ich fährst mein Hund nicht an. Wir haben es auch nicht fast geschafft. Wir haben auch nicht mal angefangen. What now? What? The symbol. I want you to make one. You have the twigs. You have the skin. All that is left is used them. So hurry up. Fine. Have you your way? Fucking luck case. Oh Gott, nur zwei. Ist das kein guter Plan? Ich sag wie es ist. Das ist nicht. Und dann hier Bullitt. Geh' ich mal ran. Bullitt. Buddy. Wait. Are you not afraid of it? Did you really think, Slapks and Flakes together would be enough? It's not ready yet. Ich würde jetzt mal wieder auf die Kamera umschwenken irgendwie. Taschenlappe. Äh, ja. Entschuldigung. Taschenlappe. Ich war ganz sch... Ich bin schon komplett durch. Ich würde jetzt nochmal auf das Handy zurückgehen. Okay. Und ein bisschen Snake spielen. In dem Auto. Kommen wir jetzt langsam raus aus dem Wald? Glaube nicht. Denke nicht. So Bullitt. Wo geht's weiter? Mh... 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 Nein. You know what you have to find out. Ach come on, nö. Bullitt schicken. Nein, ich möchte mein Bullitt nicht darin schicken. Oh Gott. Das erinnert mich... Was? Das erinnert mich von der Stimme her an Madison bei dem... Was? Fahrstuhl ist da. Ach, genau. Das war auch heftig. Wer nicht weiß, was gemeint ist... Palooop! Bullitt kommt nicht wieder, wa? Hundi? Oh, 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 oh. Aber er kommt wieder, okay. Wo ist er hin? Komm, beruhig ihn. Ich muss nicht gehen. Ich muss etwas machen. Es ist alles klar, buddy. Es ist alles klar. Ich bin sehr entspannt, ich wollte das machen. Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr entspannt. O, Mann, ey. Was? Krieche? Kann ich kriechen. Morgen. Steh auf. Ey, echt jetzt? Und geht's. Fängt er jetzt hier an, so Simon Cess zu machen hier, oder was? Wahrscheinlich, ja. Mach ich später. T.H.L.S. Du machst, was du sagst, und alles ist einfach. Schmerzlos. Ja. Und einige Dinge machen wir einfach zu verbreiten. Wir sind wie Zähne, knackt und farbtes Weir. Je mehr wir kämpfen, werden wir für die Zähne gehen. Der einzige Weg, um deine Gefahr zu verbreiten, ist, zu verbreiten. Also, deine einzige Lösung war, einfach zu verbreiten? Ich verbreite, was ich damals war. wie als Fuck, ey. Ah, besser. Da habe ich's mal egal. Wut? Los, komm. Zeig mir, wo du hin willst. Zeig mir lieber, wo der Ausgang ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ich dachte da schon Kinderfinger oder? Ich auch. Oh. Oh. Fuck you. What? Oh, fuck you, no. Oh, it'll be quick. Think about it, I could have left you a knife. No, I will not kill bullet. But this? This is where you draw the line, a fucking dog. I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. Oh, you brought this on yourself, on the boy. Stop hiding behind a child, you coward! Goddammit! What? What the? No. That's... That's impossible. Bullet, no! Oh, God. Oh, wo ist er? Wo ist er? Da durch... Hier runter, da liegt er... Oh nein... Spring jetzt hier runter. Was ist das? Du musst länger gehen, Freunde. Alles um den Block. Ich bin nicht schuldig. Ein guter Mann. Es ist okay. Es wird alles gut sein. Also, wenn das Spiel dann sagt, Tötet den Hund und die Gäste raus. Kein Welter spielen. Ich meine nicht. Dann musst du übernehmen, Benni. Wir machen das nicht. Dann werden wir das Spiel in den Niedern. Dann werden wir das Spiel nie beenden. Ein weiterer Lauf. Das, das ist umsonst. Ich weiß. Ich kann mich nicht sagen. Nicht Stefanie. Äh, Hubert. Ihr kann den Hund jetzt hier nicht liegen lassen? Machen wir auch nicht. Easy, Boy. Easy. Ich bin hier. Ich bin mit dir. Das darfst du auch nicht vergessen, wir dürfen ja den Hund ja auch gar nicht hier alleine lassen, weil ansonsten drehen wir ja völlig durch. Ne, also der Hund gehört zu uns. Immer. So sieht's aus. Und die Mutti sagt's auch richtig, ohne den Hund hätten wir's bis dahin gar nicht geschafft, also hätten wir's gar nicht überlebt. Ne, ohne den Hund wären wir schon mal tot. Ja, also jetzt schon, bevor wir überhaupt den Hund betreten hätten. Ja. Okay, jetzt geht's aber auch wirklich zunehmend beschissener. Also ein gewissen Progress haben wir schon irgendwie, wenn wir jetzt hier verwirrt sind. Ja, aber wir können den... Also selbst... ...wir können den Hund ja auch nicht absetzen. Warum auch, also... ...oder... ...oder, also... ...naja... ...der dreht völlig durch gerade. Kann man doch jetzt Inventar oder so nicht auswählen. Jetzt können wir einfach mal Jess anrufen. Du, Jess, ich bin hier mitten gerade im Wald. Ja, ist total blöd, aber so ein irrer will, dass ich mir einen Hund opfer irgendwie... ...ist doch okay, oder? Ne, auf keinen Fall. Ne, 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 ne... So, Chad, dann hopp mal raus. Was, was wird jetzt passieren? Ich weiß nicht, ob wir jetzt dauerhaft dann immer... ...da langlaufen? So, gefühlt... ...fünf Stunden später. Die Optik wird ja schon richtig krass jetzt. Ja. Ach, pass auf. Ich weiß, was wahrscheinlich was, was, was sie to do ist. Das wird aber keiner von uns machen. Oh, Jojo hat auch krass, okay. Jojo schreibt gerade... ...ne, ich glaube, es wird immer schlimmer, weil der Hund gerade stirbt. Bewegt sich, oh, komm doch vorwärts jetzt, ja. Hm. Meine Vermutung ist, dass wir den da rechts verpacken sollen, auf den Stein. Oh nein. Oh, noo. Großartig. Wo ist der Hund? Warum ist mein Hund? Du wirst mich nicht verbrechen, hörst du mich? Ich werde dich nicht verbrechen! Whatever du bist. Oh nein. Oh nein. Ich höre doch da meinen Hund! Ja, jetzt sind wir so blöde Foto von den Entwicklern, jepenner! Da kannst du denn die Bombe stehen bleiben oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass wir irgendwie... Aber wir laufen jetzt auch nur im Kreis. Naja, sonst kommst du ja hier nirgendswo raus. Warte. Okay. Auf einmal haben wir Signal? Okay. Sheriff. Goddammit, Ellis. Ich habe versucht, dich für Stunden zu erreichen. Ich wollte nur sagen, dass wir die Suche verbrechen. Das ist nichts persönliches. Aber hey. Du hast ihn da, um zu sterben. Es ist nur fair, dass du auch alleine sterben. Auf Wiedersehen, Ellis. Was? 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 Oh, so vunabang. Hm. Okay. Das ist die Frage. Alter. Sieht auch krass aus. Müssen wir jetzt hier durch diesen... Kannst du damit nicht mehr interagieren. Okay. Mit dem Hund nehme ich den jetzt wirklich übel. Das ist... Ja, nicht mehr reden. Okay. Wir kriegen ja andauernd hier Nachrichten. Toll. Das ist toll. Was steht da drauf? Alter. Schau nach oben. Okay, wir sollen nach oben schauen. Was ist das? 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 Nein, ich kann es nicht mehr nehmen. Mach es nicht mehr! Mach es nicht mehr! Schau. 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 Ach, das funktioniert ja richtig gut. Okay. Das funktioniert einigermaßen. Geht doch. Okay. Den konnte man auf so einen Nachtsichtmodus einschalten. Ja, aber ich glaube, das können wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, das ist der kaputte Nachtsichtmodus quasi. Scheiße. Oh, da war was. Was erwartet uns da? Ich frage... Was soll die zeigen? Was sehen wir da? Was ist denn? Ein Kritzel auf dem Stein wahrscheinlich oder sowas. Ja, bestimmt. Ein Haus? Ist das ein Haus? Oh Gott, ich sehe gar nichts. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Eingang. Höhle oder so? Ja, ja. Die Taschenlappe kannst ja dazu da verheißen. Na dann, geh da rein. Ich drücke mal die C-Taste. Was ist mit seinem Hund? Du denkst, er hat etwas zu ihm gemacht? Wie, was? Oh Gott, der Schatten. Wir wurden die ganze Zeit beobachtet. Wir wurden verfolgt, die ganze Zeit. Seit wir... ... ... in den Wald reingegangen sind. Okay. Oh, was habe ich getan? Shit. Telefon! Jess? Ich war es. Jess? Ich war es. Oh, das scheint nicht Jess zu sein. Naja, wenn sich jetzt, sag mal, dieses Spiel auch nur ansatzweise an, 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 an... ...Lavage Project oder so orientiert, dann ist das ja natürlich halt das... Oh, okay, okay. Rudi schreibt gerade, sie hat ein Standbild. Rudi, achso. Okay. Don't leave me! Just kill me already! Pitiful. What the? So you're still struggling, huh? What? What did you do with the kid? The kid? That's what you're worried about. Stupid little man, I could just slit your throat and wear your skin. And then why don't you? Haha, you'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. To me, you remember. All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you're ready. Come. It's time. Jess. I'm so sorry. For everything. If only I could... If only! If only I hadn't married you! If only I'd listen! Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis! What? You're a murderer and a coward! No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man, for once. I'm so sorry. I'm so sorry. You're the one that may have pushed me out of the place. I'm so sorry. No. I'm so sorry. I'm so sorry. But. Ja, äh, Benni, helfen wir mal kurz auf die Sprünge. Wie hieß der Typ? Kalis? Kalis? Kalim? Kalim? Wie hieß denn der andere? Der Knilch. Die Wurst. Ja, äh, weiß ich nicht. Das kann ich, kann ich dir nicht mehr sagen. Das ist, das habe ich verdrängt. Na gut, okay. Also sagen wir mal, der Berti Penner irgendwie, der Berti Penner hat dafür gesorgt irgendwie, kurzer Backflash hier nochmal, ähm, dass wir unseren Hund zurücklassen mussten. Und ich nenne es mal vorsichtig, erstmal Hund zurücklassen, weil ich nicht weiß, tatsächlich was passiert ist. Wir haben auf jeden Fall richtig noch eine Schraube locker irgendwie, wir haben noch ein Kriegstrauma irgendwie und dann haben wir auch, als wir aus dem Krieg wiederkamen, haben wir uns, haben wir höchstwahrscheinlich einen Jugendlichen erschossen im Einsatz als Polizist, was jetzt auch nicht dafür ungefähr, also ungefähr dazu geführt wird, dass wir jetzt irgendwie geistig Chinesen sind. Also im Gegenteil, also wir haben auf jeden Fall so einig, durchzuarbeiten. Und wir sind jetzt quasi, wenn ich jetzt das richtig erachte, irgendwie in der vierten Zeitschlaufe jetzt hier angekommen. Und zwar ist das Camp, zu dem wir immer alle Furznase wiedergekommen sind, jetzt komplett verrottet. Am Anfang war es ja noch okay, irgendwie, danach war es schon überwuchert, danach war es noch mehr überwuchert und jetzt ist es schon fast ja nicht mehr da. So, hier haben wir wieder so ein Knupel. Oh, hola hola. Oh, oh, oh. So ein bisschen laggy. Ja, aber auch bei mir. Also es ist jetzt gerade generell, also es ist jetzt nicht nur bei dir, sondern man macht gerade das Spiel ein bisschen, ein bisschen... Oh Gott, was ist das denn? Oh, hier ist noch ein Zettel. Lesen. Sitzung unlesbar. Stetiger Fortschritt. Je mehr Zeit vergeht, desto aufgeschlossener scheint der Patient zu werden. Das Zeichen hilft dabei, die Erinnerungen wiederherzustellen. Ich konnte eine gute Zeitlinie der Ereignisse anfertigen. Kinder verlassen das Haus des Patienten und machen sich auf den Weg in den Wald. Er findet ein verletztes Tier, das er an einer Pfade festsitzt. Er fühlt sich zu der Störung hingezogen. Ein Tier? Ah, ist das ein Mann? Eine wilde Bestie. Etwas passiert. Das ist die unterdrückte Erinnerung. Der Patient verlässt den Wald und wird von einem LKW-Fahrer gefunden. Werde weiter daran arbeiten, mit Hilfe der Verhaltensmethoden die unterdrückte Erinnerung wiederherzustellen. Ich sollte mich mit Dr. Smith beraten, um herauszufinden, ob die Aggression ein Symptom der Angstneurose ist. Hm, ja. Okay. Jetzt weiß ich, wo ich das mit dem Tier... Also war doch auch mit dem Reh, ne? Was denn so... Wo wir die Haut... Ja, der Hirsch war ziemlich übel zerlegt, ja. Oh Gott. Ja, ja. Ja, und wir haben jetzt natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, links und rechts zu gehen, sondern wir können eigentlich nur hier hochlaufen. Ja. Und ihr... Oh, je, 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 je. Ist aber wirklich... Büschen laggy, bisschen laggy. So, wir haben mal hier die schönen Stockmanikins hier, wie man sie klassisch kennt von Blair Witch. Hängen überall rum. Also man kann schon wirklich sagen, dass die Scheiße durch den Ventilator erflogen ist. Oh, warte mal. Hier haben wir noch was. Hm, toll. Hier haben wir noch ein Tape, hier haben wir noch ein Tape. Oh, man laut. Oh, der Junge. Peter. Shannon. Carver, hieß er. Oh, nee. Komm, schnell nach ne Ecke, oder wat? Hm, na, tolle Wurst. Geht's sehr schön. Oh, in den Keller. Hm. Okay. Und da ist das Haus. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut gerade. Oh, ich muss meins kurz nochmal wegen der Steuerung. Ja. So, mit Hunde pfeifen ist er jetzt nicht mehr. Ach, du Scheiße, das Haus. Oh, nee. Oh, müssen wir jetzt in den Keller? Wir müssen ins Haus. Das ist ja schon alleine erstmal das Schlimme. Oh Gott. Mal jetzt kurz. So, mal kurz ein bisschen lauter gemacht hier. Die knallen richtig schön laut höhere. Wunderbar. Ach, natürlich ist das auf jeden Fall scheiße. Oh, nee. Möchtest du überhaupt nicht hier sein jetzt? Ähm. Ähm. Was? Wie ist es? Wie ist es? Ach so. Wir filmen das jetzt so gleichzeitig noch. Ach, okay. Oh no. Der hinterlässt die Spuren, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Oh no. Der hinterlässt die Spuren. Jeder Hoteltester wird jetzt hell aufspringen von Freude, wenn er das sieht. Das sind so Spuren, die du nicht sehen willst mit Schwarzlicht. Oh, ich würde so hier nicht rennen wollen. Ich würde so hier nicht rennen wollen. Ja, Jojo schreibt auch schon, ein netter Zweitwohnsitz, den wir hier haben. Ja, nö. Ist Kasa der Kotze. Irgendwie. Also, fürchterlich. Ähm. Ja, klar. Okay, cool. Meine Ernst, ich habe gesagt, bald spielen ist mal ausverboten. Oh. Ach, scheiße. Soll ich jetzt erstmal der Spur folgen oder soll ich jetzt mal links und rechts gucken? Du bist der Spiele, der du entscheidest. Wie bitte? Das würde ich Spiel ausmachen? Okay. Okay. Ich bin Super Mario Kart. Okay, ich bin der vier. Hier ist der Keller. Aber, warte mal, ich würde mich trotzdem nochmal umgucken. Irgendwie nicht, dass wir jetzt hier... Ach, du Scheiße. Ja, dann schau mal, ob wir noch was anderes finden. Also, ich dachte schon, der Wald wäre mies. Aber das ist ja... Das ist ja so richtig nicht schön. Ja, lesen. Okay. Letzte Sitzung mit dem Patienten. Erst endlich gewillt, Burkitts Wilde verlassen. Oder, um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken, Er fühlt sich dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Das freut mich. Der Grund dafür ist allerdings nicht... Was? Der Grund dafür allerdings nicht. Achso. Er wird sich für den Militärdienst melden. Ich mache mir Sorgen über den Effekt, den dieses Umfeld auf eine sensible Psyche haben könnte. Der Stress und die Traumata, die der Wehrdienst auslösen könnte, sind möglicherweise dazu in der Lage, sein Kindheitstrauma hinsichtlich des Waldes zu ersetzen. Doch der Wald wird ihn niemals verlassen. Egal, wohin er geht, dies wird in seinem Verstand verankert sein. Als die prägende Erfahrung, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Ja, also, hier ist definitiv von uns die Rede, ne? Ja. Also, wir waren ja auch beim... beim Wehrdienst. Wir haben ja schon die Flashbacks gesehen, im Irak, Fallujah, wo wir auch immer waren, und wie, und auch für den Verlust von unseren... Männern verankert, wie wir sind. Ach, shit. Shit, shit, shit. Soll ich mal hochgehen? Ja, du... Da kam ja ein Ball runter, ne? Kann man sich ja nochmal angucken, von wo der kam. Meinst du? Ja, scheiße. Oh, die Hände. Oh, nee. Oh, nee, die Pülle. Oh, ist das scheiße. Ich wäre sowas von dem... Also, ich wäre... Oh, Gott. Ist... Nee. Na, die Hosen wären nicht richtig voll bei mir. War? Da beißt jetzt mal die Maus gefahren ab. Da bin ich ehrlich und sage... Ich würde keinen Millimeter weitergehen. Ich würde da komplett rausgehen. Ich würde selbst im Regen einfach komplett blitzschnass werden. Egal, ob ich hier trocken bin oder nicht. Ich würde keine... Also, keine Minute in diesem Haus verbringen. Aber es ist halt schon krass, wenn du halt weißt, dass der kleine Junge hier ist irgendwie. Und du hast die Chance, ihn zu retten. Du musst halt wirklich nur über deinen eigenen Schatten, deine eigene Angst besiegen. Ja, wenn ich... Also, wenn noch jemand bei mir wäre, vielleicht, damit man sich gegenseitig so... Du bist alleine. Du bist alleine. Du hast keinen Unbeid. Kein Kumpel, kein Nichts. Du bist alleine da. No fucking way. Also... 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 Okay, also wir haben uns alles angeguckt. Wir gehen jetzt in den Scheißkeller. Du magst nicht. Es muss ein Key irgendwo sein. Aha. Aha. Okay. So, muss ich jetzt nochmal alles absuchen oder was? Der Key ist jetzt gespawnt. So, irgendwie auf dem Kamin sinds oder so. Doch, tatsächlich ist es ja in dem Spiel so. Ach so? Ja. Aber hat der denn hier irgendwie, äh... Ein Hinweis hinterlassen, wo der Schlüssel zu finden wäre? Ich hab jetzt das gleiche gelesen wie du. Ich glaube nicht, irgendwie... Also ich hab jetzt keinen Hinweis daraus. Wir sehen, irgendwie. Sehen wir hier irgendwie eine Spur? Genau, meinte ich immer dieser, dass der irgendwie... Spurenmäßig über die Cam, dass wir da was finden. Weil da unten rechts ist... Ach nee, da war wahrscheinlich das Notiz... Äh, hier, der, die... Genau, da war nämlich die Notiz gewesen. Ja, nee, warte mal. Was denn? Hier oben lag die Notiz? Ja. Mit dem, äh, dass wir zum Militärdienst gehen, um das andere Trauma zu überwinden. Um dafür das mit einem neuen Trauma zu ersetzen. Schön, 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 schön. Gut, gut, gut. Macht ja auch Sinn. Die oben gucken. Weil oben hab ich jetzt nämlich nicht auf irgendwie die Cam geachtet. Ob ich da jetzt irgendwo, da irgendwelche Spuren zu sehen sind. Aber jetzt ist hier offen. Ach, schön. Toi, 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 toi. Hallo? Oh, ich... 100%ig ist jetzt hier gleich ein richtig übler Jumpscare bestimmt. Ah, hier ist eine kleine Spermaspur. Schön. Toll. Ah, guck mal, da hast du bestimmt... Oh, wunderbar. Ein schöner großer Schlüssel. Hm, den nehmen wir. Wie? Steck noch einfach ein, bitte. Danke. Wir müssen jetzt hier durch den Dunkeln in die Schlüssel laufen hier. Oh, und ich hab jetzt gedacht, dass, wenn du die Kamera wieder aufnimmst, da jetzt der, 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 der Jumpscare des Todes kommt. Oh, das wär, das wär fies. Das wär fies. Da wär kein Dagegen machen. Da wär kein Dagegen. So, aber ich glaube, so was wie nicht, das wird jetzt hier gleich passiert, wenn wir runterlaufen. Also, da meinten jetzt nicht vor, ne? Benni, dafür sollten wir gewappnet sein. Jojo hat mich gerade auf eine schöne Idee gebracht, weil Jojo schreibt ja gerade hier so, so ne Roomtour wär schon nett und da fällt mir irgendwie dieses MTV My Cribs ein. Willkommen in meinem Crib hier, zu Hause, bei mir, in der Blair Witch Hexe. Gucken wir uns jetzt den Keller an. In der Blair Witch Hexe. So, okay. Ich wollte mal sagen, wir schließen auf. Peter? Are you there? Hello? What the? Äh. Hä? Ich dachte, wir sind im... Mal links, eben mal rechts. Nö, eigentlich nicht, wa? Nee, eigentlich, genau. Aber wir wissen, wir übersehen auch gerne Sachen, irgendwie, oder das Spiel ist manchmal ein bisschen unfair und sagt, irgendwie, äh, nö. Ich verstecke jetzt ein paar Sachen. Okay. Hey. Oh! Da ist ja ein Bär. Oder sind wir nicht? Nee, nee, der steht still, der steht still. Ah! Nee, warte! Er stand still. Scheiße! That one was different. The light just made it angry. Oh, 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 alter! Was war denn mit ihm nicht? In Ordnung. Oh, oh, oh. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Wieso? Da hat sich doch einfach mal die Tür geschlossen. Der Blick einfach da liegen. Oh, 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 oh. Oh, nee! Müsst ihr nicht sein! Macht euch nicht ein. Oh Gott, oh Gott. Oh, nee. Oh, nee, 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 nee. Hä? 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 Wo sind wir? das ist ja nicht für ein riesen scheiß keller verstehe sowas nicht sind wir jetzt wieder zurück oder geht es jetzt da noch weiter runter jetzt noch weiter runter hier ist noch ein stück oder sollten wir dahin wo die tür zugegangen ist obwohl da sind ja noch so ein paar linien das geht außen lang hier vorne lang wie das geht hier vorne lang hierin hier ist die spur ok der macht quasi jetzt hier hier macht euch keine vorstellung wie schlimm sich das gerade anfühlt das ist ein versteck damit können wir doch wieder das dinge hier machen ja aber wo ist denn der welche tür soll denn das jetzt sein wieso ich dachte eigentlich eher das hier wissen bevor eine wand einbricht dass wir zu der tür kommen ja die ich dachte du hast das loch gerade zugemacht so komplett gefangen drinnen dafür müssen wir jetzt wieder hoch ach da guck mal da ist die andere tür die die er aufmacht die die war im video danach gesehen haben geschichte also nicht ob wir da schon rein wollen sondern so kann das in die ich weiß nicht also probiere ruhig mal also du dürftest du jetzt wahrscheinlich ich würde jetzt sagen nicht öffnen kann genau weil du musst nämlich das über das video abspielen und soweit stoppen wo du nie weiter weiter da wo sie jetzt nämlich auf geht und jetzt ist sie nämlich offen ich wollte eigentlich erst mal nur erklären ich wollte jetzt nicht dass du da reingehen sollst du hast gesagt spule zurück machte peter 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 ich bin es oh gott das ist so schlimm ich habe gerade so derbe flashbacks wie ich im kino sitze und jetzt ein finger abdrücke oder haben sie aber eine schöne klare linie gezogen das ist so unangenehm gerade so ok nein nein oh ja ein haus war sich selbst repariert cool das ist ein neues start für dich Alice ach du scheiße das ist auch größer als von außen sichtbar war naja aber auch nur so halb ne nur so halb nur so halb ne 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 Alter, wie groß ist denn das bitte? Ich hab jetzt schon total die Orientierung verloren. Das ist auch größer als von außen sichtbar. Okay, wir können mit der Cam nichts mehr machen. Das ist einfach... Ja, wir können aber... Oh Gott. Hä? Was? Ist das draußen hell? Ist doch Vergangenheit hier wieder, oder? Das ist deine Chance, etwas Gutes zu tun, Alice. Nicht zuerst. Nicht zuerst. Okay. Was denn, was denn, was denn, was denn, Mann? Alter, was ist denn los hier? Ja, du kannst aber schön lange warten, Fräulein. Guck mal die Kamera wieder raus. Okay. So, sag mal, mir ist nicht wohl. Wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh-wuh. You are for her, what? Okay. Du hast du ihr? Okay, verstehe. Du steht da zumindest unten als Übersetzung drinnen. Ach, come on, ey. Hey, wir haben ja sowas wie ein Handy. Hey, hey. Vielleicht kriegen wir noch eine Nachricht von Jessie oder so. So, snip, snip, jazz. Es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich nicht mit runterziehen. Hat sie auch was damit zu tun? Wieder eine tolle Freundin, ey. Wie Stephanie bei Phobia, ey. Ich liebe dich nicht mehr. Okay. Oh Mann. Hör doch mal auf. Das ist echt heftig. Ich kann ja gar nicht reden. Ich bin total in Bann geschlagen hier, ey. Ne, ich bin doch super angespannt. Hm. War ja gerade eben noch offen? War ja gerade noch offen. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es hat. Vier. Tava sagt vier? Ich mag die Clan. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh, mach doch mal Film nochmal ein bisschen. So, und hier haben wir wieder... ... einen Knilch. Wahrscheinlich ein Entwickler. Warte, 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 warte. Oh, fuck. Hat der Sheriff mit dem Typen gemeinsame Sache gemacht? Oder was ist los? Mit Kava? Ah, das Licht. Hat jemand mich hören? Das Licht. Hat jemand da? Die Lichter. Guck mal, hier ganz kurz nochmal den Schrank. Oh, 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 oh. ��ah, high, high, high. guck mal. Hier ganz kurz nochmal den Schrank. Aber hier ganz kurz nochmal den Schrank? Können wir uns einfach da hin verstecken? ów, eyeballs auch da drinne da bleiben? Und da so ne früher bleiben? Und da so ne Weile bleiben. Tja, das ist eine gute Frage. Sheriff? Ich weiß nicht, soll ich... Ich sollte nicht... Bitte, bitte, was? Ich muss sagen. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was hier da? Ja, Vorsicht. Klar. Natürlich. Kann ich Ihnen vorstellen. Was denn? Was denn? Was denn? Oh Mann! Was? Don't look? Don't look. Oh! There's no other way. I'll have to sneak past it. Okay. Sneaky! Also nicht hingucken, Stevie, ne? Weißt du Bescheid? Einfach so links dran vorbei. Nicht hingucken. Ich will ihn angucken. Nein! Gut nicht! Geh dran vorbei! Meinst du? Ja! Also ich... Ich würde... Nein! Aber ich will ihn ansehen. Warum? Du spielst gleich alleine weiter. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du bist zu spät! Er hat dir gesagt... So, ich bin jetzt... Ich bin jetzt auf Herr Jungers und Jojo-Seite. Von wegen... Wie sieht's aus mit ne runde Snake? Ja, das ist halt tatsächlich... Ja, das ist halt tatsächlich... Äh, äh... Ich tue alle für ein Thumbnail. So, okay, jetzt geh ich nicht hin. Ah, okay. Okay, er ist schon gestresst. Er ist schon richtig gestresst, der Kumpel hier. Na, geh einfach nach unten oder so. Du knust... Hast du hier gerade was? Ja! Schön! Schön! Schön, Benni! Schön! Und wo geht denn der Weg weiter? Tja. Wenn der erzählt, folge dem Weg. Ach, da unten, nach unten. Ach, da unten, nach unten. Oh Gott! Linien, folge diesem Weg. Mhm, 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 mhm. Oh, shit! Oh, nee! Oh, nee! Kannst du hier noch hoch? War das denn hier? Also, der Wald war schon heftig, aber das Haus... Das Haus kickt es jetzt nochmal richtig. Das Haus, das nimmt mich jetzt gerade richtig auseinander. Oh Gott! Oh Gott! Der steht da in der Ecke! Der steht da in der Ecke! Und ich muss hier durch. Achso! Kannst du hier zurückspulen? War das hier das, wo das kaputt gegangen ist oder so? Mit dem Video? I don't know. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Kannst du nochmal probieren? Ich mir auch nicht, aber... Vielleicht? Nee, nicht das, sondern weiter hinten. Also, weiter vorne. Wo du drunter gekommen bist? Hm. Nope, okay. Versuch was wert. Dann musst du dich ganz... Du musst ihn ja bloß nicht ansehen, ne? Zumindest so würde ich es einfach... Wie ich es jetzt verstanden habe. Okay, ne? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Okay! Oh Gott! Cool bleiben, Benni! Cool bleiben! Zieh mich jetzt durch! Atmen! So! Crouch auch hier die ganze Zeit! Ja, ist auch richtig! Wie so ein Ninja! Ja, ja! Mach das mal lieber! Ja, ja! Oh nein! Der ist blood on the floor! Ziemlich viel blood! Hm. Mhm. Okay. Scheiße! Alter, wir sind schon so tief unten jetzt, ne? Oh Gott! Oh Gott! Ey, der Junge lebt doch nie... Also... Ne... Er liebt doch nicht mehr. Schöner Teddy hier zum Spielen. Ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Nicht umdrehen. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Oh Gott! Ihhihi! Hm... Okay, wo ist ihr jetzt denn? Hoch oder runter? Ich seh' hier nur Treppenhäuser, Alter. Okay, es geht hoch. Na, wie? Wer wandert gerade? War das gerade Peter? Das war Slenderman. Na, dafür war es ein. Schlendermann. Der kleine Schlendermann. Ja, jetzt war es aber auch... Bisschen laggy. Ne, bisschen laggy. Für mich war das gerade so eine 360 Grad. Ey, ist das fies. Ja, machst aber gut. Du konntest aber die Kamera irgendwie ranzoomen. Ich weiß zwar nicht wie, aber du konntest es. Für dich. Genau. Okay. Und damit ist die Sache noch beschissener. Cool, cool. Mach dein Ding, Junge. Alles gut. So ist einfacher, sagst du? Na, so läuft er schneller. Okay. Oh Gott. Aber so ist geiler. Da ist... Dammwild. Musste aufpassen. Langsam fahren. Adam. Adam. Ah, wie... Oder Adam. Nicht Adam. Ha, 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 ha. You there, Seiko? Hm? Okay. Ne. Sollte doch nicht. Sollten wir das jetzt doch nicht? Sollten wir jetzt nicht anders ans Funke irritieren? Weiß ich nicht. Okay, wer ist Adam? Oh, vielleicht ist das Adam? Ist das? Wie? Mann, hör doch auf. Hör doch auf. Oh Gott. Ich verstehe nichts mehr. Ne. Was? Gib ich mal den, den, den Policestern an, wie der sich jedes Mal verändert hier an dem Auto. Blup, blup. Verändert der sich? Ah, das ist der Endliche, den wir erschossen haben. Ah, das ist der Endliche, den wir erschossen haben. Oh. Ach du Schande. Ne, ey, Mann. Ich möchte jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt hier nicht mehr spielen. Das ist ja fürchterlich. Oh. Channel 2 für den Sheriff. Schreibt den Chat. Ach so. So. So, wenn du jetzt noch... Hey, ich möchte sprechen. So, du kannst mich jetzt nicht mehr umschalten, ne? Kannste nicht? Ne, du wirst jetzt nicht mehr wie. Äh, Pfeiltasten hoch, runter, eventuell so in dem Dreh oder so. Ne. Okay. Hupsala. Okay. Äh, ne. Tatsächlich nicht. Schade. Tja. Aber wäre ein guter Einwand gewesen, der Junge. Vielen Dank. So, wo ist denn... Alec? Is that you? Mann, Alter, ich möchte gerne antworten. Die Gegend sind normal. Kann ich überhaupt antworten? Äh, äh, Mausrädchen drehen oder so? Nee. Okay. Oder... Okay. Wollen wir mal... Eins, zwei, drei, vier? Nee. Oh, nicht. Tut mir leid. Warte. Komm her. Ich muss dir was fragen. Hey, bist du da? Nope. Was? Ja, das ist halt... Der... Der... Der dreht jetzt hier komplett ab. Irgendwie... Der hat hier eine Halluzination nach der anderen. Ach, das ist der Jugendliche, ne? Off the record, Alice. What the hell happened? So, Mann, schau doch mal rein. Kannst du das? Weiß ich nicht. Was vertreibt der denn hier? Das ist... Das ist... Schön. Oder warst du kein Signal? A local teenager, allegedly involved in a convenience store robbery, was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Un-armed. 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 Geil. Schön. Wolfman. The revenge. Schön. Okay. Oh... Erzählt uns jetzt... Das Haus quasi unsere ganze... Geschichte... Geschichte? Ja, es ist ja tatsächlich so irgendwie... Ne, das... Das... Die Hexer dich ja Dinge sehen lässt, irgendwie die nicht da sind. Und die Frage ist jetzt, wie viel... Ist jetzt halt wirklich traumatische Psychose von ihm irgendwie? Wie viel ist Blair Witch? Es ist nicht, wo es alles begonnen hat, ist es? Oh, Tageslicht. Hm. Tageslicht. Oh, guck mal hier. Überall diese schnitzen Dinger. Äh... Äh... Aber... Was sollen wir jetzt machen? Ich höre mal so'n... So'n Püppekin hier. Immer detaillierter, ne? Ja... Ah, die Tür ist mir offen. Oh, hier kommt unser süßes Lass. Hey, ist es wahr, dass du dein süßes Gesicht aufhörst? Ah... Oh Gott. Hey, sch... Er kommt. Was? Na gut, wir vergessen, dass ich hier noch eure Party rein platze. Na, dann nimm doch die Party. Äh... Wenn dir die besser gefällt. Tja, Chat. Wo sollen wir rein gehen? Soll ich hier rein gehen, oder soll ich hier rein gehen? Hmhm? Hmhm? Ich bin nicht spannend. Links ist schon offen wird von Jojo geschrieben. Dein da! Ja... Oh... Okay... Oh, er steht an der Ecke. Ohhohohohohoho! Äh... Da sind die Anderen... Okay, das sind alle weg von uns? Alle drehen sich weg. Woa! Er kann diesen Mindfuck hier nicht in Worte fassen, was ich hier alles sehe. Dit ist Foxtrot 1. Wira! Alter! Mann! Okay, jetzt vermischte ich das wieder komplett mit dem Kriegstrauma. Alter, warum ist der denn jetzt so scheißduster? Wo ist denn seine Taschenlampe? Die ist einfach weg. Nein, warte, warte, warte. Easy, Jungs, easy. Alter, alter. Ey. Nehmen wir jetzt wirklich jeden auseinander, den wir hier irgendwie, keine Ahnung, zuerst Ashley, Adam, die, äh, wer ist denn Ashley? Wer ist denn Ashley? I don't know. Martin, grüß dich. Alter Ragge. Moin. Ashley, wer zur Hölle ist Ashley? Ist Ashley unsere Freundin? Nee, ist er nicht. Jan ist unsere Freundin. Oliver, wer ist Oliver? Vielleicht sind es unsere Kameraden, die im Krieg wegen uns gestorben sind, keine Ahnung. Ach, die, wie wir weggeballert haben, na, Leute, im Frontier-Fire. Ah, Alon, Alon. Ach, schön, schön. Okay. Na dann, äh, ab in den Keller. Oh, na, nee. What the fuck? Oh, Stieh. Schuhe auf die Unheimlich. Schuhe auf die Unheimlich. Okay. Bitte? Was? Zielstatus der ersten Untersuchungsberichtes. Unverendete Zusammenfassung. Aufgrund von Fehlern bei der Aufklärung sind die feindlichen Streitkräfte auf die Position unserer Truppen. Wunderbar. Schöne Ding. Weißt du, worum ich... Inkompetent. Ach, mhm, schön. Das Setting ist aber ein Resident Evil 7, was du gespielt hattest. Ah, ah, ah. Das war Benni, äh, jetzt gerade sagt. Achtung. Plopp. Und jetzt auch mal einen Link. Wow. Mh, schön. Schön. Okay. Voll schau hier. So, was haben wir da? Show me the text. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen herangehen. Ja. Aufmerksam geworden. Dadurch konnten... Kann man woanders anschauen? Nee. Aufmerksam geworden. Dadurch konnten sie einen Überraschungsangriff ausführen. Gefallene Kämpfer. Alan Palmer, Ashley Elwood, Resco Haywood, Oliver Marley, Silve Boys... Äh, Silvester Boys und Keith Forrest. Ja. Das waren tatsächlich jetzt alle nur Kumpels hier. Murdered. So, das ist übrigens the real Super Mario hier. Nicht, nicht der in Rohren hüpfende Typ, sondern der durch Abwasser wartende. Bleib mal. So, komm. Mach auf den Ding. Uh, danke, Martin. Wie? Wer war denn das nun wieder? War das ja aus der Mühle? Ja, war das dieser Drake? Nee, wie hieß er? Drake? Nee, wie hieß denn der? Der oder was? Na, der, wo... Der zersägt wurde. Ah. So, come on. Jetzt, wir ziehen's jetzt durch. Wir grennen jetzt hier durch. Du rennst jetzt genau. Sehr schnell. Tu es. Was denn? Soll ich hier das abbrechen? Was hat er, was, was tut er da? Okay, wir haben irgendwas geflutet oder was? Was haben wir hier getan? Ja, warum nimmst du denn auch immer irgendwelche Knöppe oder Hebel oder sonstiges? Tu es. Um. Und machst es auch noch. Was soll ich denn sonst tun? Na klar, posch ich den Button. Erstmal überlegen, was dieser Button überhaupt macht. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf, Benni. Achso, nee. Ist okay. Ist okay. Ah, ha, 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 ha. Ah, hier haben wir noch. Na, wir zerstören, bitte. Wunderbar. Neue Foto. Ja, wunderschön, schön, 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 schön. Daraufhin erstmal eine Brezel. Ach ja, er hier, genau. Na, er ist da, äh, äh, schön, schön, schön. Haben wir die Maschine in Gang gesetzt und ihn deswegen getötet? Naja, das andere war ja eine Seemühle, ne? Und die funktioniert nur mit Wasser. Und jetzt haben wir quasi ebenfalls, quasi den, 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 den Staudammelöst. Ne? Und wie, damit das Wasser geflossen ist. Also, ich glaube ja. Ich glaube ja. Was ist das schön? Toll, 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 toll. Noch mehr Schuld, die wir tragen. Ja, ich wiederhole. Ach, ha, siehst du, das war das Ding aus dem Video hier. Gut, dass wir zurückgespult haben. Und ich wiederhole, wie fucking groß ist dieses scheiß Haus, ey? Na, da kommen wir jetzt noch nicht mehr durch. Ja, vielleicht musst du jetzt nochmal das Video nehmen und da, wo du jetzt stehst, quasi wieder zu, äh, weiterspulen. Genau, so. Jetzt ist es nämlich kaputt vor dir. Aber wir sind... Ja. Ob das jetzt so geil war. Ja, warte. Oh, okay. This is the way. So, okay. Los, durch da. Oh, SMS. Klar, bei unserem super Empfang, den wir hier haben. Kein Signal. Aber kriegen SMS. Mehr. Oder? Ne, nur wieder. Ne, der, einer. Er ist hier. Dein Schatten. Dreh mich doch mal um. Okay. Dass du da auch nicht auch noch umdrehst. Beware, 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 the dragonborn come. Alter, lass doch gut sein. Lass doch gut sein, Mann. Ey, Stevie. Ich dachte, wir sind bald fertig. Verstehst du? Ja, ich bin fertig. Ich bin komplett fertig. Ich bin so richtig fertig. Und wieder weggucken, ja. Und schleichen. Und dem Weg wieder folgen. Wunderbar. Wunderbar. Okay, okay, okay. Shit, 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 shit. Calm down. Just calm down. Just calm down. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ich bin so angespannt. Das ist ja schlimm. Du bist angespannt, Benni. Du bist angespannt. Nein, ich bin angespannt. Obwohl du ja Spiele bist, bin ich gegangen. So, ich hab die Spur verloren. Oh, komm. Jetzt ruft uns die Hexe. Oh, ich kann nichts mehr so sagen. Ja? Jetzt rastet er völlig aus. Jetzt ist vorbei. Ist auch kein Wunder, wenn du so eine Stimme im Kopf hörst. Du gehörst zu mir? Du gehörst zu ihr? Oh, cool. Du gehörst zu mir hecheln. Wahrscheinlich ist sie wieder so ein Vieh. So. Ah, schön. Hier ist unser Zimmer. Guck mal, da haben wir auch einen Gast. Guck mal, der kommt gerade um die Ecklade. Der bewegt sich so, ja. Das ist schlecht. Guck ihn einfach nicht an. Sollt's ihn nicht angucken. Sollt's ihn nicht angucken. Wie ist Alan Palmer? Wie ist Alan Palmer? Er ist ihm? Ja. Er ist vor allem Engländer. Palm. Palm ist der Palm. Keith Forst. Keith. Sylvester Boys. Es gibt nur ein Sylvester. Roscoe Hayward. Sie sind alle tot. Weil ich mich. Okay. Oh Gott. Oh ho 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 ho. Alter, die machen mich hier fertig mit dem Spiel. Wirklich. Oh man, oh man, oh man, oh man. So. Okay, wir sind hier in dem Raum hier. Is this. Yes, man. Aber da waren wir doch vorhin schon. Ja, ja. Jetzt kriege ich wieder neue Beschnitte. Okay. Also das eine hat wahrscheinlich das, äh, äh, den Jugendlichen symbolisiert und das sind jetzt hier die Soldaten wahrscheinlich, oder? Oder die Kinder. Kann auch sein. So. Was, warum knistert das jetzt hier so? Bestimmt, weil hier draußen irgendwo wieder hier jemand rumschleicht. Oder wir wieder in irgendeinem Flashback hängen. Hm, egoistisch. Können wir hier raus? Wollt ich hier raus? Wie? Oh, da wird hier die Tür geöffnet. Als Mörder. Hm. Hatten sie sind, Mats. Ach, wunderbar. Wieder ein Tape, oder was? Ne, ein Foto. Ein Foto haben wir. Ein Foto haben wir. Ein Foto haben wir. Ein Foto. Ein Foto. Ein Foto. Ein Foto. Was sehen wir hier drauf? Ein Clown? Jessie? Eine Prostituierte, die mit Clowns tut? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Sick. Ach, ey. Was sind wir hier? Was ist, was ist hier? Wie? Bitte. Und die Kamera ist am Arsch. Das ist aber unsere Freundin, oder? Die Kamera ist kaputt. Wir sind richtig am Arsch. Und hier sind jetzt... Die Augen. Das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Äh? Aber war das nicht gerade eben noch mit... Sie kann das nicht länger machen und so? War das nicht... Ähm... Diese Jessie oder Jess, oder? Das war Jess, ja. Unsere Frau... Freundin. Die uns... Ich hab keine Ahnung. Ist das jetzt ein... Ja klar. Und der Ausgang ist weg. Hallo? Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht durch. Okay. Vielleicht musst du dich ja in die Ecke stellen. Die Wände kommt immer näher. Oho, nein, nein! Was? Alter, wann was? Gib dir einfach mal diese Bild. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was spiel liegt denn hier? Penny, was spiel liegt denn hier? Du hast dir das Game gewünscht, Blair Witch zu jocken nochmal? Nee! Guck weg, guck weg! Wo ist er, wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist selber weggerannt, weil er Angst vor Licht... Licht weckt ihn auf. Ach, wunderschön. Soll ich ihn jetzt... Nein, nicht angucken! Nicht! Na, warte nu! Er weckt ihn auf, heißt, macht auf sich aufmerksam und findet er nicht geil. Und ich... Oh Gott! So würde ich es jetzt interpretieren. Wo müssen wir denn hin? Ach, da wo er reinläuft? Ja, ja, ja. Genau. Da müssen wir hin. Ach so, okay. Der läuft hoch, ne? Läuft der? Wurde sagen, dass er die Treppe hochgestanden hat. Ja, dann... Geh doch mal hinterher. Aber ich glaube, wenn du ihm so nahkommst... Oh, da ist er schon wieder. Oh, da ist er schon wieder. Oh, da ist er schon wieder. Aber jetzt! Jetzt ganz schnell! Hinter ihm vorbei! Jetzt! Bitte! Easy! Ah! Nicht easy! Ja, Wurzelpeter hat uns völlig gemacht. Scheiße! Ey, wenn der jetzt auch noch da lang spaziert. Was? Er greift... Was hat er gesagt? Er greift an? Wie? Wo? Wie? Was? Bitte was? Vorsicht! Karrefol! Aber ich krieg jetzt die Flasche nicht auf, weil meine Hände so schwitzen. Und ich bin nicht... Ich spiel noch nicht mal. So, jetzt steht er erstmal da. Ganz entspannt. Jaaa... Das heißt, wenn ich ihn anleuchte, erst dann bewegt er sich? Ich weiß nicht, ob wir... Ich bin viel zu nahe irgendwie. Da liegt doch wieder drauf gleich. Da kann ich jetzt die Tasche aber ausmachen. Nee, du kannst nur die ganze Kamera ausmachen, dann hast du aber gar keine Orientierung mehr. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Hast du noch hinbekommen? Ist doch, äh, Nietzsche. Naja, ist halt einfach Skills, verstehst du? Wenn du es auf Tasche hast, hast du es auf Tasche. Shut up. Siehste, Alice sagt schon, shut up. Ja, genau. Ganz genau. Du bist ein Nichts. Ja, ist ja Juli. Ich hab's ja verstanden. Da hat man einmal so'n Hauch von Selbstwertgefühl. Ja, dann kannst du vergessen. Von allen Seiten wird's zertrümmert, ey. So, okay, weiter geht's hier. Was? Was? So? Oh. Okay. Oh no. Wie, 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 wie können wir ihn denn töten? Oh, der ist hinter dir, der ist, oder? Ist er hinter dir? Ja, ist er. Oh, er ist ja. Schön, 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 schön. Da kommen wir nicht drin. Scheiße. Schön, 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 schön. Oh mein Gott. Oh, gut, gut, gut. Das war... SMS. Gar nicht so schlecht. Da muss ich schauen, da muss ich erst mal gucken. Da muss ich erst mal gucken. Kann sich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Woher ist der denn? Wer bist du, Alice? Und deswegen ist der Spiegel auch so andurchgemalt hier so? Jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Um jetzt einfach mal den Stresspegel runterzukriegen. Ja. Cobra Masters! Yeah! Jetzt geht der hier los. Herzlich willkommen bei Betty & Steve bei der Nice... Oh! Sogar das neue Snake. Nice. Wir spielen heute Snake in Blair Witch. Blair Witch, Snake. Wir gucken mal, wie weit der Stevie heute kommt, ne? Letztes Mal hatten wir ja, glaube ich, so um die... Acht Punkte oder so? Ach, pff, quatsch. Zwei, drei. Ne, du hattest schon. Ein paar hattest du schon. Oh, komm mal, jetzt hast du einfach aufgehört. Enough. So, der Puls ist wieder ein bisschen runter. Alle freuen sich auf Snake hier, siehste. Ja, ich weiss, ich weiss, ich weiss. Ihr leidet genauso, wa? Obwohl sie jetzt auch, finde ich, die Haussequenz ein bisschen überreizend irgendwie. Ja? Ja. Wo steht denn jetzt schon wieder in, in dem geschlossenen Raum? So. Also, ich weiss auch nicht mehr, was das alles noch... Was ist das denn? Aha. Tapen, rote Taper noch. Oh nein, nein. Das sind wir! Hä, aber dann waren wir ja schon mal hier. Geh in die Körner. Schau nicht an sie. Ernsthaft? Geh in die Körner. Schau nicht an sie. Oh, 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 oh. Er dreht sich von alleine um, wo ihr ihn merkt. Okay, er hat sich jetzt von alleine gerade umgedreht. In der Körner. Ich bin sicher da. Vielleicht musst du ja gegensteuern. Oder konntest du nichts machen? Oder soll das einbrechen? Aber das ist schon... Der Tipp war schon da. Gegensteuern, ja? Ja, versuch mal. Wenn er sich... Versuch dich umzudrehen. Nein, wir wollen aber den Gesicht nicht sehen. Glaub auf damit. Erkennt man... Oh, ich muss wirklich... Oh, ich muss wirklich krass gegensteuern. Nein. Nein. Wir wollen dich nicht sehen. Ich muss hinsehen, Benni. Ich muss hinsehen. Ich muss hinsehen. Nein. Du nicht. Oh, Weg ist zu schwer. Okay. Ist sie weg? Jetzt müsstest du hinsehen, um zu gucken, ob sie weg ist. Okay. Okay. Eine Frise. Oh, Gott. Heftig, 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 alter. Müssen wir jetzt gleich wieder uns irgendwo in die Ecke stellen? Ach, du bist ja nicht du, Benni. Nee, das bin nicht ich. Doch, das bist du, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Was? Oh. Das wird ja immer besser. Warte mal. Muss ich noch entwickeln. Ja, das hat nicht geholfen. Hm. Wir laufen überhaupt noch in die richtige Richtung? Ey, komm. Nicht den Blassesten. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ach, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt ist panische Durchrennen hier angesagt. Okay, wir können nicht lang. Wie kann sie nicht hin? Wie, wie, wie kann sie nicht hin? Wie, wie, wie kann sie nicht hin? Er kann ja nicht, doch. Nee, er kann, er kann nicht vorbei. Wer bist du, Alter? Wer bist du denn? Adam. Weil jetzt kommen unsere, kommen jetzt unsere ganzen Dämonen? Oh. Scheiße, ey. Okay. Also jetzt. Jetzt drehen wir hier ein bisschen ab hier. Oh, is your fault. Okay. Oh, fuck. Also, jetzt. Letztendlich ist das schon klar. Okay, wir haben halt irgendwie unsere Leute im Krieg verloren und wir haben anscheinend ohnehin im Krieg irgendjemanden getötet, den wir nicht töten sollten. Ja. Aber so ein bisschen, so ein bisschen vorwärts kommen müssen wir jetzt hier schon mal hier irgendwie so von der Info, vom Infoflow. So, haben wir hier eine Mobile oder was? Was ist das? Was ist das? So ein Mann. Oh. Dieser Mann lebt hier. Vielleicht seit Jahren. Aha. Okay. Äh, nee. Jetzt musst du die Figur aufnehmen. Jetzt können wir die Möhre nehmen. Mach es. Was müssen wir damit machen? Müssen wir diese einfach jetzt verbrennen? Die Framedrops sind real. Die Framedrops sind real. Ach, du musst jetzt die Figuren alle, äh, angucken oder was? Echt? Nee, okay, doch nicht. Und die sind aus... Ich will dich töten! Lol, jetzt können wir die Viecher kaputt machen, die uns die ganze Zeit jagen? Du magst das? Okay. Ich weiß nicht, war das richtig? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gut ist, was wir jetzt hier gerade tun. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gut ist, was wir jetzt hier gerade tun. Okay. Jetzt sind wir quasi die... Die Blair Witch? Ich würde sagen, wir sind jetzt besessen. Okay, krass, 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 krass. Noch weiter runter. Okay, er kriegt sich wieder ein, oder was? 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 Können wir? Können wir den Jungen finden? Peter! Peter Parker? Peter, wo bist du? Das ist hier als Kind eigentlich gesperrt, ey. Oh Gott. Oh, nein, 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 nein. Ah, ich muss erst einen Schlüssel finden. Warum? Geil. Wow. So leicht, will er mich verarschen? So leicht? So leicht? Und nach dem was du getan hast, werde ich es genießen. Hm, 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 hm. So bin ich. Komm, dann. Die Schlüssel ist unter der Tante. Ich warte auf der anderen Seite. Okay. Er ist jetzt hinter dieser Tür? So würde ich ihn jetzt verstehen? Okay. Daraufhin nochmal ne kleine Gretiv. I have the power. Ich zieh jetzt durch, Alter. Zieht jetzt durch. Ah, ah, ah. Genau, erst mal. Cam nehmen. Ja, umsonst gepusht. Tür ist zu. Oh, da ist er hier drin. Vielleicht hast du, hast du irgendwo einen Schlüssel? Ich irgendwo einen Schlüssel, ne? Unterm Stein, hat er gesagt. Oder unterm Tisch. Oh. Und jetzt kannst du damit wahrscheinlich runter in den Bunker, sag ich jetzt mal. Und da wird auf dich warten. Okay. Platsch. Das ist aber ganz schön ungemütlich, um zu warten. Nicht jetzt. Deine Ernst. Oh Gott. Oh, fiese Schattenspiel gerade. Ich seh nix. Da sind wir schon zur Zeit. Und schon bin ich wieder in Valencia. Ach, scheiße. Ah. Wir sind draußen. Okay, ich hab jetzt noch keinen Einfluss. Was hat's passiert? Alles, was hat's passiert. Oh, no. Oh, no. Jetzt sind die Augen. Oh, no. Oh, shit. It's over. It's finally over. Shut up! All those people. Children. I will rip your fucking heart out. I can't hear her anymore. You won't get out of it that easily. Freeze. Freeze. I won't let you. She always wanted you to become... Shut up! Oh, take his face. Take his face. Nimm dir sein Gesicht? Nein! Fuck. Wen hab er denn jetzt da angeblich umgebracht? Oh, no. Ich meine, cool Bullet, aber wir sind Kava. Wir waren Kava die ganze Zeit. Fuck. So, so 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 nice. I-m bein. Bye. I-m bein. Bye. 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 Bye, bye. Bye.